Jetzt kommen wir zu einer weiteren Frage, das bedeutet, ich bin quiet und wir bekommen einen sehr besonderen Guest, um dir eine besondere Frage zu geben. Jaden, du hast mir ein Bild gezeigt, als du in deinen jüngeren Tagen spielst. Ich wollte dir einfach mit den Leuten erzählen, was dein Haar war dann. Ich glaube, wir wollen alle wissen. Wir wollen definitiv wissen. Ich hatte einen großen Afro. Hast du das Bild? Könntest du mir zeigen? Ich kann das. Ich kann das. Das wäre interessant. Das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Das ist das. Das ist das. Das ist das. Oh, vielleicht kannst du es auf die Kamera für ein bisschen. Das ist gut. Ich habe ihn in Afro gesehen. Ich weiß, aber ich weiß nicht, was passiert. Wo warst du dann? Watford. Ja, ja. Great. Great picture.